Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 324. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Marvin. Hi. Hi. Der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und der Herr Basti, der es glücklicherweise noch rechtzeitig vom Geburtstag hierher geschafft hat und weil es gerade zeitlich passt, von dieser Stelle hier auch nochmal herzlichen Glückwunsch an Pia, die heute Geburtstag hat, treue Hörerin, Fan, alles toll, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, ja. Glückwunsch. Und wenn wir schon gerade bei Glückwünschen sind, dann müssen wir auch noch herzliche Glückwünsche ausrichten an Max und Helmi, das ist jetzt offiziell, die sind die Gewinner des diesjährigen Fanpreises der Deutschen Akademie für Fußballkultur, wo wir es zumindest auf die Shortlist geschafft haben, was mich extrem zufrieden schon macht, dass wir überhaupt so weit da gekommen sind von 45 Einsendungen, die alle miteinander sehr großartig waren. Von daher auch da nochmal herzlichen Glückwunsch. Du sagst deinem Kind auch, es war gut, wenn sie einen vierten von fünf Plätzen belegt hat. Ganz klar. Na ja. Das ist alles. Nein. Unter den ersten. Weiter Glückwünsche, Skandal, was ist das für eine Akademie da? Also ein bisschen Schiebung ist da ja schon drin, in der Jury sitzt Tobi Escher mit drin, also das ist ja schon klar. Schön. Da hast du gerade den Zinsola im Cup gebracht, da müssen wir mal froh sein. Genau, haben viel für die Menschheit und für die Region getan. Ja, liebe Hörer, das bedeutet einfach unterm Strich, wir kassieren keine 5000 Euro, das heißt, ihr müsst einfach viel mehr Geld spenden, damit wir hier das Ding am Leben halten können, anders da geht es halt nicht, ne? Genau so ist das. Die logische Konsequenz da draußen. Ja, so ein bisschen verdient haben sie sich vielleicht ja schon. So, ein bisschen verdient haben wir uns das jetzt auch, diese Länderspielpause oder dieses Länderspiel, was jetzt in wenigen Minuten anfängt, mehr oder weniger vollständig zu ignorieren, auch wenn Basti gesagt hat, er wird zwischendrin immer mal wieder das Ergebnis verkünden. Ich versuche es trotzdem zu ignorieren. Lasst uns doch lieber über richtigen Fußball sprechen, und zwar über Bundesliga-Fußball. Wir dürfen am Freitag ran gegen Düsseldorf. Zu Hause. Scheiß Fortuna Düsseldorf. Ja, ich habe an Düsseldorf keinerlei guten Erinnerungen. Bei weitem nicht. Also weder bei Heimspielen noch bei Auswärtsspielen. Und ich habe auch so ein bisschen Schiss vor diesem Spiel am Freitag, weil ich befürchte, dass die mit Mann und Maus hinten drin stehen werden. Und wir versuchen müssen, irgendwie Wege durch den Strafraum ins Tor zu finden. Marvin, ihr hattet das bei Fußball 2000 schon mal angesprochen. Könnte das so ein bisschen unsere Achillesferse sein, dass wir versuchen müssen, Dinge spielerisch zu lösen? Ja, also es kann theoretisch so sein. Aber ehrlich gesagt bin ich der ganzen Sache relativ aufgeschlossen. Ich glaube, dass wir einen Schritt gemacht haben im spielerischen Bereich. Ehrlich gesagt sieht es für mich, natürlich können wir das noch nicht abschließend beurteilen, aber ein Stück weit besser aus als weite Teile, wie das zumindest in der Rückrunde unter Kovac gelaufen ist. Ich denke, wir finden Mittel und Wege. Und wir haben offensiv eine große Variabilität. Ich sehe, dass Rebic gut drauf ist. Der muss man ja sagen, der wird uns jetzt dummerweise fehlen gegen Düsseldorf. Ist ja aber auch trotzdem gut drauf, aber auch da, aber sonst haben wir mit Jovic jemanden. Wir haben mit Allaire einen absolut tollen Spieler momentan, der richtig brennt. Wir haben auf den Außen mit Kostic ebenfalls noch einen Spieler, der sich zuletzt, wenn man wieder belohnt hat, gezeigt hat, dass er eigentlich diese Qualität hat. Also ich finde, wir haben da diese Variabilität. Und ich glaube, in der Defensive sieht es bei Düsseldorf nicht so gut aus, dass wir jetzt sagen müssen, wir zielen da keine Tore. Beide Linksverteidiger sind für mich. Genau, 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 ja. Da könnte was gehen. Ja, ich denke auch, das ist so ein Zwiespalt. Das ist so dieses Typische, was wir immer hier auch wieder ansprechen. Wir sind immer noch Eintracht-Fans. Wir sind sehr, sehr viel gewohnt aus den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das heißt, der Tenor gerade ist so ein bisschen, wenn du dich so ein bisschen unterhältst, eigentlich wäre das so ein typisches Spiel, was die Eintracht gerade verkackt. Aber so ein bisschen sind wir diese Nummer ja schon unter Kurverschluss geworden. Da hatten wir auch oft Spiele, wo wir dachten, ja okay, jetzt brechen wir wieder ein. Aber nein, war es gar nicht so. Und dann waren wir an gewissen Spielen und das Highlight war das Pokalfinale, waren wir dann doch da. Und haben auch jetzt, wie gesagt, ja, so eine Mischung zumindest gefunden. Weil klar haben wir jetzt dann gegen Ende, haben wir noch den Europapokal verspielt. Aber irgendwie hast du so ein bisschen mehr Zutrauen in die Mannschaft, dass es nicht mehr, dass dieser trottelige Kellner, den wir hier mal beschreiben, nicht bei jeder Bestellung das Tablet fallen lässt. Das heißt, ich kann mir einfach wirklich tatsächlich mittlerweile vorstellen, dass die Eintracht das Souverän 2-0 gewinnt. Das wird kein schönes Spiel, aber der Marvin hat es angesprochen. Jovic, Haller, das sind auf dem Papier wirklich zwei Tore, die wirklich drin sind. Und das sehe ich auch so. Also ich will mir gar nicht irgendwie erlauben, Angst vor Düsseldorf zu haben. Ich glaube, Düsseldorf sollte eher Angst vor uns haben. Klar kann das schiefgehen, aber ich glaube, der Grundthema vor dem Spiel sollte sein. Ey Leute, zu Hause, Flutlicht, die Stimmung wird gut sein nach den letzten Wochen. Europapokal steht auch bevor, wo die Leute sich drauf freuen. Da sollte es drin sein, zu Hause, egal wie, gegen Düsseldorf zu gewinnen. Aber denkt ihr, dass wir das Spiel machen müssen? Ist das wirklich, sind wir auch da bereit? Oder wird es eher so laufen wie die letzten Spiele, wo du ja auch sagen musst, normalerweise, ich habe die Woche oder vorletzte Woche einen schönen Bericht gelesen gehabt, dass die Eintracht eigentlich spielt wie ein Absteiger oder wie ein Kellerkind. Nämlich lange Bälle nach vorne, es wird nicht viel Ball, also der Ball, viele Fehlpässe etc. Auf der anderen Seite aber auch, weil wir mit viel Risiko spielen und dann eben diese Schnittstellenpässe dann doch eben häufiger spielen, als manchmal eben an der einen oder anderen Stelle geeignet gewesen wären. Denkt ihr, wir versuchen das Spiel wirklich mal zu machen? Oder denkt ihr, wir greifen an diese Tugenden zurück? Lange Bälle, versuchen Schnittstellenpässe zu spielen, doch auch teilweise Konter. Wie denkt ihr, spielen wir am Freitag? Ich weiß nicht, welche Spiele sie sich bei dieser Bewertung angeschaut haben. Ich finde wirklich ein Stück weiter. Also wir spielen mit einem Absteiger bei allem Respekt. Also das kann ich wirklich nicht bestätigen. Die letzten Spiele, also wir haben drei Siege in der letzten Zeit errungen. Und da ist ein bisschen Glück dabei gewesen. Natürlich brauchst du eine Türöffnung, es wird schwierig. Hannover war auch ein extrem schwierig zu bespielender Gegner. Die waren auch nicht so schlecht, wie man dann gedacht hat. Aber trotzdem ist es dann irgendwo entstanden. Und natürlich, ich meine ganz ehrlich, Lazio waren teilweise. Und nicht nur, weil die dann zwischenzeitlich zwei Leute rausgeschickt bekommen haben. Das war ein Spiel auf einem relativ hohen Niveau der Eintracht. Und da waren Züge, Pässe dabei und auch gedachte, angedachte Spiele- beziehungsweise Ballwechsel. Das sieht nicht aus wie ein Absteiger. Und ich finde, da hast du schon gemerkt, dass die Eintracht die Mannschaft das Spiel macht. Ja, bitte. Wenn du ein Haller in der Mannschaft hast, finde ich, das ist eine Frechheit zu sagen, dass lange Bälle irgendwie darauf schließen können, dass du aufs Absteiger spielst wie ein Absteiger. Sondern wenn du so jemanden drin hast, der so geil Bälle festmachen kann, kann das in Phasen im Spiel, wo du vielleicht mit den Flachpässen nicht die Sicherheit hast, kann das auch ein Mittel sein. Und der Erfolg gibt uns in dem Sinne recht, zu sagen, okay, das System, was Hütter spielen lassen will, haben wir ja die ganze Zeit hier schon die letzten Wochen angemerkt. Das dauert halt. Und wenn du mit solchen, ja, mit so einer Spielweise vielleicht so eine gewisse Zeit einfach überbrücken kannst, bis die Sicherheit immer mehr da ist, bis vielleicht auch eine wirkliche Stammelf sich rauskristallisiert, weil das hatten wir ehrlich gesagt auch noch nicht, wenn du merkst, mit wie viel Wechsel in Besetzung wir in der Verteidigung in dem Mittelfeld spielen. Das ist einfach, das ist für mich ein probates Mittel, mit Haller vorne funktioniert das auch. Hütter scheint einer zu sein, der erkennt, dass Haller das nicht allein regeln kann, sondern hat immer Rebic oder Jovic neben sich, was für mich ein großer, großer Fortschritt ist, als Haller da komplett alleine zu lassen. Also von daher soll es mir recht sein und mir wäre es sogar wirklich doppelt recht, weil ich würde Düsseldorf gar nicht wirklich, ich würde denen gar nicht wirklich die Tore so öffnen, weil das ist ja das, womit sie rechnen. Wir haben Funkel hier lange erlebt. Funkel ist keiner, der wird uns hier nicht herspielen lassen. Das ist nicht seine Art, das ist mit Düsseldorf auch nicht angebracht. Aber so ein bisschen würde ich auch zu Düsseldorf sagen, ja, kommt her, ihr habt auch nicht so viele Punkte, ihr müsst auch ein bisschen mitspielen, schauen wir mal. Weil du kannst auch Tore erzielen, indem du nicht komplett ein Offensivfeuerwerk abbrennst, sondern das kann auch ein langer Ball sein, der abgelegt wird, das kann eine Standardsituation sein, das kann sich im Spiel durch einen Fehler vom Gegner irgendwie ergeben. Da würde ich gar nicht mal so sehr denken, oh, jetzt müssen wir das Spiel machen, das ist ja dramatisch, weil wir haben in Hoffenheim gesehen, die Eintracht kann auch wirklich mit Mann und Maus verteidigen. Und das sollte zu Hause gegen Düsseldorf drin sein. Und wenn du dann irgendwie, um Otto Rehagel zu zitieren, eine kontrollierte Offensive reinfindest, dann ist das ein Gegner, den kannst du schlagen. Da bin ich echt tatsächlich zuversichtlich, immer im Hinterkopf habend, dass natürlich das so ein typisches Eintracht-Spiel wäre, wo du freitagsabends 0-1 gegen Düsseldorf verlierst. Aber gut, will ich jetzt. Du musst halt weiterhin so effizient einfach sein wie die letzten Spiele, dass wenn du wirklich vorm Tor stehst, auch eiskalt die Tore machst. Aber da haben wir mit Jovic ja wirklich eine Granate drin, auch ein, ja, ich sag mal auch, Marvin hat es vorhin gesagt, ein Kostic wäre normalerweise mal dran, auch mal dieses Potenzial wirklich aufs Spielfeld zu bringen und dann auch mal effizient die Dinger zu machen. Aber mit dem Jovic und auch mit dem Haller, die wir beide wirklich effizient sind, mach ich mir da eigentlich auch keine Gedanken. Ja, man muss ja auch, Dennis, was du sagst, ist echt ein guter Punkt. Die Eintracht performt, glaube ich, was die Chancenverwertung betrifft, auch ein bisschen über. Also ich glaube, ich hab letztens irgendwo, ist mir der Expected Goals-Wert um die Ohren geflogen irgendwo. Das ist schon ein bisschen drüber als das, was sie sich erarbeitet. Das ist natürlich klar. Wir haben es ja auch zugegeben nach dem Hoffenheim-Spiel. Das war in gewissen Teilen echt Glück. Aber das interessiert ja dieses Spiel, was jetzt stattfindet, ja nicht. Das Spiel sagt ja nicht, ihr habt in Hoffenheim Glück gehabt, jetzt fällt es mal bei euch rein. Sondern das Spiel, was jetzt stattfindet, weiß nicht, was in Hoffenheim passiert ist. Und das ist wirklich ein Spiel zu Hause. Düsseldorf hat tatsächlich das eine oder andere gute Spiel auch schon gemacht. Aber die individuelle Qualität, und gerade wenn die auf der linken Abwehrseite so Probleme haben, sollte es als Eintracht-Frankfurt, das würde ja Gott sei Dank auch so kommuniziert möglich sein, einfach ganz normal Freitag da unspektakulär zu gewinnen. Ja, und wir haben ja selbst dagegen auf den Außen momentan keine ganz großen Probleme, um es mal milde zu formulieren. Ich finde, es läuft momentan ziemlich gut, wenn ich mir angucke. Wie gesagt, Kostic, der ja auch diese für sie eine ungewohnte Rolle spielen auf der anderen Seite hast, mit da Kostic jemanden, der richtig geil im Flow ist, der richtig Bock hat, der vielleicht aber auch nochmal zeigen will, dass er jemand ist, der vielleicht auch mal Höheres erreichen kann. Also der Kostic ist für mich einfach noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Und da ist es vielleicht auch mal ganz gut, gegen Düsseldorf zu zeigen, ja, John Zimmer, du laberst, was bist du überhaupt, wer willst du eigentlich sein? Ja, aber ich zeige dir mal, was hier wirkliche Bundesliga-Härte ist und was eigentlich jemand zum Leisten imstande ist, der vielleicht auch mal andere Ziele hat. Also bevor ich die Klappe aufmache, wir wissen ja alle, dass da Kostic zum Beispiel jemand ist, der enorm geerdeter Mensch ist, der wirklich auf dem Boden ist und trotzdem eins für alle war und immer regelmäßig eigentlich die Dinge abliefert, gerade in den letzten Spielen. Ich würde sagen, wenn du dir die letzten drei Spiele anguckst, was er da geleistet hat und auch was generell die Mannschaft an Lauf- und Sprintwerten hat, also... Deswegen, wir müssen ganz klar festhalten, die Eintracht ist auf allen Positionen besser besetzt. Wir müssen es nur auf den Platz bekommen und das ist halt das Ziel. Aber es ist ja auch geil, dass wir zu Hause spielen. Es ist auch mal kein Sonntagsspiel, es ist ein Freitagsspiel, es ist auch mal schön, denn wir wissen, all diese Sonntagskacke, die nervt halt wie Sau. Keine Ahnung, da können nicht so viele kommen, weil die müssen morgens um 5.30 Uhr wieder aufstehen. Es ist alles für einen Arsch, aber am Freitag hast du die Möglichkeit, das ganze Wochenende geil werden zu lassen, wenn du das Ding zu Hause gewinnst. Gegen Düsseldorf ist es möglich. Und das ganze Wochenende kannst du auf einer Wolke schweben und dir ist alles scheißegal, was da sonst passiert, denn du hast irgendwie zu Hause gewonnen. Freitags kannst du ja vielleicht auch nochmal, wenn du willst, auch nochmal einen reinstellen. Nein, 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 alle müssen sich ausruhen. Am Samstag feiere ich Geburtstag, hallo? Ja, also nicht von uns, aber generell. Nein, die sollen alle auf meinen Geburtstag kommen. 50.000 Leute. Alle, Elbestraße 29 am Samstag. Grüße. Oha. Ab 21 Uhr. Okay, jetzt hast du es gesagt. Jetzt hast du ein Problem. Jetzt musst du mit dem Kollateralschaden auch rechnen. Du weißt ja, wie das ist bei den Facebook-Einladungen. Viel Glück. Bin ich gerne bereit. Das nehme ich gerne in den Kopf. Ich freue mich über jeden, der kommt. Grüße. Muss man halt Freitag sich zurückhalten. Na gut, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie du das der Polizei erklären willst. Aber gut, wenn der eine oder andere dann irgendwie Koks oder Koks oder ansonstige Drogen nimmt und auf deiner Party, weil es halt in der Nähe ist, dann bin ich mal gespannt. Aber gut. Sag ich zur Polizei, wir sind hier im Bahnhofsfeld, das ist mein Geburtstag. Was haben Sie denn erwartet? Vielleicht winkt er aber auch ab und sagt, ah Basti, sie ist auch eingeladen. Ach du bist Basti, komm rein, leg die Uniform ab. Naja, gut. Aber der Marvin hat recht. Ich finde das auch. Ich finde diese Atmosphäre, die das Ganze hat, trägt auch nochmal dazu bei, dass das eben nicht so eins wird. Weil ich glaube tatsächlich, und was der Marvin sagt, ist für mich, zumindest als Fan, ich weiß nicht, wie es so ein Spieler ist, wenn dieses Spiel Sonntag 13.30 stattfinden würde, wäre die Gefahr, glaube ich, größer, dass du das irgendwie verbaselst und verlierst, weil so ein bisschen diese Sonntag und dann ist es noch ganz hell draußen und alle sind nicht so motiviert. Freitagsspiele haben trotzdem, egal gegen wen es geht, trotzdem so eine eigene Magie im Sinne von der Marvin sagt. Die Fans sind größtenteils gut drauf, weil jeder weiß, morgen müssen die meisten nicht aufstehen, zumindest das ganze Wochenende, du kannst vorlegen, du bist nicht unter Druck, am Sonntag schon mal andere gewonnen haben. Ich würde sagen, du kannst halt einfach entspannt den Rest des Bundesligaspieltags verfolgen, weil du weißt, für uns ist es durch, wir müssen jetzt nicht irgendwie wieder gucken, das ist irgendwie, ist halt auch nochmal so eine ganz andere Art und Weise. Und wir haben ja auch eine geile Chance mit den drei Punkten. Wenn wir die drei Punkte jetzt holen, da sind wir doch, da geht es weiter, dann haben wir vier Spiele in Folge gewonnen und dann ist es ja, jetzt können wir jetzt eincashen, was wir am Anfang der Saison so ein bisschen haben liegen lassen, jetzt hier, sag ich mal, gegen Bremen und so weiter und so fort, weil es ärgerlich war, aber wenn wir jetzt diese Punkte holen, ja, dann sind wir richtig gut dabei in der Tabelle und müssen uns auch erstmal über das Gröbste keine Gedanken machen und ich weiß noch, vor ein paar Wochen die ganzen Ungenrufe, wie sie alle kamen und gesagt haben, oh ja, das lief jetzt schlecht, oh, ich hab ja Köln im Hinterkopf, ja Leute, was, nix mit Köln, ganz anders sieht's aus und das ist doch das Ziel, dass wir in ein paar Wochen dann richtig geil nach Zypern fliegen können, das ist ja schon bald, ich hab jetzt das Ticket gekauft, beziehungsweise bezahlt, gerade heute, hab ich die Abrechnungen gemacht und so weiter und so fort, weil das ist ja schon bald, aber dann kannst du relax nach Zypern fahren und dann kannst du auch relax nach Rom fahren, hast zwei geile Auswärtstouren und musst dir halt keine Gedanken rum machen, dass du in der Bundesliga gerade absäufst, das ist das Beste, was wir machen können. Das ist echt eine sehr, sehr gute Ausgangslage für uns. Sollen wir da mal so ein bisschen über mögliche Aufstellungen sprechen, ihr hattet ja schon gesagt, Gelb-Rot für Rehwitsch im letzten Spiel, damit ist er jetzt erstmal raus. Trapp ist frühzeitig aus der, von der Nationalelf nach Hause gereist, hatte Muskelprobleme, gerissen, ist nach Hause gerissen, wegen Muskelproblemen, wobei heute gab es so mehr oder weniger so ein bisschen Entwarnung, so nach dem Motto, er nimmt jetzt am Training teil und wenn nichts irgendwie außergewöhnliches passiert, dann sollte er auch am Freitag auf dem Feld stehen, also das würde ich jetzt erstmal sagen, ist safe. Denke ich auch, ja. Der hat nur keinen Bock auf die scheiß Stimmung da. Ja, das kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Was ist mit, was ist mit Abraham? Abraham ist noch keine Alternative oder wollen wir wahrscheinlich vorsichtshalber warten die noch ein bisschen oder wie seht ihr das? Da kam irgendwie gar keine Rückmeldung mehr auf die letzten Tage. Ja? Ja, ich hatte immer nur acht bis zwölf Tage gehört und die sind jetzt eigentlich um. Die sind um, jaja. Das ist mir ein bisschen, das ist mir ein bisschen nebulös gerade alles mit ihm. Ja, das ist so typisch, das ist so eine typische Eintracht. Da werden sehr wabernde Aussagen getroffen werden, wo man sich nie sicher ist, ob aus den acht bis zwölf Tagen am Ende nicht irgendwie drei bis zwölf Monate werden. Das macht mir auch so ein bisschen Sorgen. Also ich habe nichts gehört, nichts gesehen, nichts gelesen, kann ich nichts zu sagen. Gut, gehen wir mal davon aus, dass er nicht da ist. Da hätte ich jetzt auch vorsichtshalber mal gesagt. Was denkt ihr denn für Spielsicht, laufen wir Viererkette oder Dreierkette? Kassi? Ich denke, Hasebe, Dicke und Russ. Das sind die drei Kadenten. Kostic, da kostet er auf den Außen. Muss man auch echt sagen, auch Russ hat in Hoffenheim gut funktioniert. Muss man allgemein sagen, nicht nur in Hoffenheim, haben wir ja auch schon gesagt. Also ich glaube, ein, zwei Spiele hat er noch drin. Ich muss Abwürde leisten, ich habe ihn immer kritisiert und wollte ihn nicht stellen. Der René hat uns auch eine Einfolge gefragt, spielen wir mit Russ oder Vallett? Und auf einmal haben Russ und Vallett gespielt. Das war so ein leichter Schockmoment. Und dann hatten wir, ja wie gesagt, aber die haben es ja gut gemacht. Und das ist, wir hatten das glaube ich auch in der letzten Folge gesprochen, das ist schon geil zu sehen, dass ein Trainer es hinkriegt, egal mit welcher Besetzung er spielt. Dass halt die Mannschaft und dass die Einstellung stimmt. Klar stimmt noch nicht alles im Passspiel und klar ist es ein wechselndes Ensemble, was er spielt. Aber das ist trotzdem ein wichtiges Zeichen für mich zu wissen, okay, ich habe jetzt keine Angst, wenn ein Russ in Nika spielen. Ich würde aber jetzt mich kurz korrigieren. Ich würde Kostic nicht da hinstellen, sondern ich würde Williams wieder eine Chance geben zu Hause gegen Düsseldorf. Und da kostet er auf rechts stehen. Ist Willems fit, ja? Free Jethro. Er ist glaube ich fit. Ich persönlich habe nach wie vor so ein bisschen... Ich will Kostic vorne haben, weil Rebic nicht da ist. Was ist denn mit Tavata auf der Seite? Ach Gott, jetzt hör doch mal aufhören. Ja, brauchst du... Also da haben wir bessere Alternativen mittlerweile. Weiß ich nicht. Ich finde es schon gut, Willems jetzt nochmal eine Möglichkeit zu geben. Also das ist doch auch ein Spieler, der schon Potenzial hat. Also ich meine, was ist denn los? Ja, ich bin da eher so nach diesen zwei roten Karten, weiß ich nicht, ist er bei mir so ein bisschen... Ja, aber wir können ihn ja nicht für immer verteufeln. Grüße. Nein, aber was willst du jetzt machen? Du kannst ihn ja nicht jetzt abgeben, weil du sagst, du hast zwei roten Karten bekommen, das war's für dich. Ich habe nur eine Ahnung. Dann musst du es halt im Winter machen. Nee, aber ich würde ihn da hinstellen. Nein, also jetzt läuft es halt um halb lang. Dann würde ich denken, dann hast du, dann ist... Weiß ich nicht. Dann kannst du nämlich vielleicht einfach mit... Ja, dann kannst du vorne... Dann ist Kostic vielleicht vorne ein bisschen wichtiger einfach, dass du sagst, okay, Kostic kriegt eine Rolle, die... Ja gut, aber eigentlich sehe ich die fast gar nicht, wenn ich jetzt ehrlich bin, wenn ich weiter nach vorne gehe, weil das System... Das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, wo willst du denn da bitte jetzt den Kostic stellen? Also das habe ich jetzt... Ja, ich hätte halt gedacht, dass du wirklich, dass du fast ein 5-2-3 spielst, aber dann ist Haller ja wieder fast vorne allein und da muss Jovic so ein bisschen ausweichen. Deswegen würde ich davon fast abrücken. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also wir sind uns eigentlich vorne im Sturm, Haller und Jovic, oder? Ja, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, dann müssen wir... Ja gut, dann Willems oder Kostic sagen halt. Dann ist vielleicht momentan in dem System gar kein anderer Platz für Kostic, weil du ja dann drei zentrale Mittelfeldspieler hast. Wenn ich gerne sehe... Nee, Marvin, du erst? Du erst? Nee, nee, Dennis, mach du mal. Ich würde ja gerne auch auf der 6 dann Toro sehen. Ich weiß nicht, ob er halt schon fit genug wieder ist nach der längeren Pause jetzt. Hat er jetzt individuell trainiert die Woche? Und dann hättest du natürlich vorne die Möglichkeit, ein bisschen, na ich sag mal, ein bisschen offensiver noch zu stellen, oder? Toro ist ja eigentlich doch eher für die Defensive dann zuständig. Also ich würde gerne Toro, De Guzman und Marco Fabian sehen. Okay. Oh, interessant, ja. Weil Alain hat mich jetzt in den Spielen, die er da gemacht hat, nicht überzeugt. Der würde ich sagen, ist durch. Der ist ja auch im letzten Spiel früher ausgewechselt worden. Dann hast du so zwei Sechser, das werden an meiner Toro und De Guzman, wären das bei mir. Garcinovic auch nicht überzeugt, ne? Doch, Garcinovic wäre dann für die Position vor den zwei Sechser interessant. Das ist ja quasi so ein halber Achter, halber Zehner. Da würde ich entweder Fabian oder Garcinovic stellen und vorne halt Haller und Jovic. Ich hätte Garcinovic gesagt. Ja, wie gesagt, Fabian ist sowas, wo ich mir, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Wunschdenken von mir selber, dass ich mir hoffe, dass der, ja, dass der nochmal eine Rolle spielt, weil ich finde ihn trotzdem einen interessanten Spieler. Gerade, weil diese Position, die Alain zum Beispiel, ich glaube, zu Hause gegen Hannover hat das, glaube ich, gespielt. Und in Hoffenheim ja dann auch. Hoffenheim, ja, ja. Gerade diese Position, wenn du so ein Semi-Zehner bist, hinter den zwei Spitzen, für mich ist eigentlich die Position wie Fabian wie gemalt. Geraldis ist leider noch nicht da, aber so ein bisschen, bisschen mehr Spielkultur. Wenn du drei zentrale Mittelfeldspiele hast, dann würde ich zumindest von einem von den dreien mir irgendwie wünschen, dass es so der Typ Fabian-Geraldes ist. Und deswegen ist es so, da Geraldis nicht da ist, mein kleiner Wunsch. Aber ich weiß halt natürlich gar nicht, wie Fabian trainiert und was Hütter plant von da. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ich finde die Idee grundsätzlich erstmal ganz gut. Denn, du hast mich jetzt ein bisschen angesteckt, denn Fabian kann ja jetzt nicht komplett raus sein, auch wenn er natürlich nicht fürs internationale Geschäft nominiert ist. Aber das eröffnet ihm ja gerade gegen eine Mannschaft wie Fortuna die Möglichkeit, das einfach mal zu probieren. Und wenn du merkst, im Verlauf dieses Spiels, das funktioniert nicht, dann kannst du immer noch den Wechsel vornehmen. Du hast ja, das muss man ja sagen, mittlerweile die Möglichkeiten. Auch ein Stendere hat sich ja jetzt ein bisschen dezenter wieder angeboten. Also auch da gibt es die Möglichkeiten. Aber dann würde ich das auch mal probieren. Würde auch mal sagen, lass mal Fabian spielen. Wenn du merkst, okay, das hat jetzt nicht den gewünschten Effekt, dann werde ich in der Halbzeitpause den Wechsel vornehmen und dann sehen, dass es dann mehr Durchschlagskraft hat. Aber man muss auch sagen, Fabian hat ja durchaus seine Qualitäten. Und gerade wenn es vielleicht darum geht, ein sehr geschlossenes Konstrukt wie Fortuna Düsseldorf irgendwie erst mal ein bisschen zum Wanken zu bringen, da kann Fabian jemand sein, der vielleicht mal auch mit dem ein oder anderen Fernschussrennen singen durchaus mal testet. Aber auch Startelf dann, ne? Also ich finde, Fabian bringt immer eigentlich eher was, wenn er von einem einfach anspielt, ne? Stimme ich dir vollkommen zu, Dennis, auf jeden Fall. Das heißt, wir würden in unserer Aufstellung mehr oder weniger Gacinovic durch Fabian ersetzen, der dann so als Achter, Zehner da hinter Haller und Jovic... Ja, da würde ich es auch so sehen, weil Gacinovic es einigen kann zu bringen. Das hast du in Hoffenheim gesehen, er war sofort da. Der hat das direkt als eingewechselt, wo er das Tor mit eingeleitet hat. Das fand ich in Ordnung. Oh Gott, was? Ach ja, guck nebenbei, die Nationalmannschaften, da gab es gerade eine ganz gute Chance, die klicken. Für die Niederlande hoffentlich. Für die Niederlande spielen doch gar nicht. Niederlande spielen, ey. Ach so, die waren ja... Siehst du, das ist so sehr wenig da auf dem Laufenden. Diese andere Mannschaft. Nun ja, aber... Schön, schön. Ja, aber ich finde, ganz ehrlich, wir müssen das mit der Rotation auch genauso durchziehen. Das ist ja anscheinend ja auch das Ansinnen eines Hütter, dass er möglichst viele Leute in seinem Kader eigentlich behalten will und auch die Möglichkeit geben will, sofern sie gut trainieren. Also man merkt schon, dass er gar nicht so versessen auf seine, ja, was weiß ich, maximal 23 oder 21 Spieler ist, sondern dass er durchaus mal ein bisschen rotieren lässt, dass er den einen oder anderen spielen lässt. Interessant ist hier halt, dass Nico Müller aktuell auch gar keine Chance bekommt. Ja, also der ist außen vor, aber ich will mit euch, wenn wir schon über Spieler sprechen, die nicht ganz so viele Chancen bekommen, will ich mit euch mal darüber sprechen, was machen wir eigentlich mit Branimel Grutter. Der Junge hat ja jetzt acht Tore in einem Testspiel gegen Hanau geschossen. Ja, irgendwie hat er sich so ein bisschen den Fuß von der Seele geschossen, aber gegen Hanau reicht das vielleicht nicht. Gibt's da irgendeinen... Ist da der Point of No Return jetzt eigentlich schon überschritten oder gibt's da irgendwie eine Möglichkeit? Also ich würde denken, bei allem Respekt für Acht-Tore gegen Hanau... Das klingt sehr hart. Also ein bisschen fies gerade. Nein, aber die Sache ist halt die, wenn wir jetzt irgendwie einen Notstand hätten, würde ich tatsächlich sagen, weil ich eigentlich... Hörer, die uns lange zuhören, werden sich erinnern, eigentlich immer jemand war, der ihn verteidigt hat, weil ich trotzdem finde, dass er in gewissen Situationen etwas Besonderes hat. Also er ist für mich eigentlich, wenn er nicht zu viel nachdenken würde, eigentlich so ein Instinkt-Fußballer. Aber er leidet halt natürlich darunter, dass ich für ihn keinen von den Maschinen davon opfern würde. Sorry. Also ich würde niemals denken, da kannst du mal Jovic draußen lassen oder so, um Hergota spielen zu lassen. Dafür sind die drei, und da zähle ich Rebic, obwohl er jetzt gesperrt ist, auch noch dazu. Dafür ist Rebic, Jovic und Halle, dafür ist das zu massiv, weil das ist für mich fast das Beste, was wir in Offensivreihe haben. Auf jeden Fall. Seit Jahrzehnten, das ist halt für ihn dann blöd, aber wie gesagt, wenn Not schon herrschen würde, wäre ich der Letzte, der sich beschweren würde, aber ich glaube, diese massive Offensivreihe, die wir da hinten haben, zu der ich eigentlich auch, je nach Spielsystem und wenn er nicht als Linksverteidiger gebunden ist, auch Kostic zähle. Die drei bis vier Leute da vorne, und da sehe ich sogar Nikolai Müller auch noch vor ihm, das ist halt, wie gesagt, für Hergota einfach zu schwer zu durchbrechen, gerade mit der Vorgeschichte, die er hier hat und mit dem, ja, den Kopf scheint er auch nicht frei zu haben hier. Ich will jetzt auch eigentlich keine Experimente gegen Düsseldorf, wo es eigentlich wirklich um sichere Punkten in Anführungszeichen geht, wenn du so Spiele mal machst, dass du ihn in späterer Zeit gegen Dortmund hättest du ihn vielleicht bringen können, auch gegen Leipzig oder auch gegen Gladbach, wo einfach Spiele eventuell, ja, wo so ein Spieler eventuell auch nochmal einen neuen Aspekt mit reinbringen kann. Hier bringst du ja eher mit einem Hergota Unruhe ins System rein. Nein, nein, mir ging es auch nicht bei dem konkreten Spiel. So eine generelle. Ja, weil ich schon, ich hadere immer mit mir selbst, denn die Sache ist, ich erkenne schon, dass er in diesem Verein, also er will offensichtlich auch nicht weg, ne, das merkst du, das ist das eine Konzept, dass er überhaupt kein Interesse hat, irgendwie den Verein zu verlassen, trotz der Tatsache, dass es Angebote gab. Ich hab auch so ein bisschen mitbekommen, dass er da auch anscheinend irgendwie, keine Ahnung, freundschaftlich irgendwie oder auch, ich weiß nicht, gar nicht, hat er eine Frau, keine Ahnung, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er auch, hat er im Verein auch viele Freunde und so weiter und so fort und ich merke schon, dass es ihn halt nicht wegzieht. Da stellt sich halt die Frage, ja, was machst du dann mit so einem Spieler? Und der ist halt immer noch relativ jung. Und wenn er halt auf dem Platz steht und dann halt auch mehr gegen kleine Mannschaften wenigstens, aber immerhin trifft und auch keine Leistungsverweigerung hier zeigt, sondern sich anbietet, stelle ich mir ja schon die Frage, wie kannst du ihn halt einbinden? Und da tut mir irgendwie halt auch ein bisschen leid, der hängt da halt voll drin, in diesem, ja, in dieser, ja, gefangen in der großen Stärke anderer Spieler, die sich jetzt halt überzeugend darstellen. Auch ein Opfer unseres riesigen Kaders dann natürlich, ne? Halt auch. Ja, sonst wäre er wenigstens mal mit auf der Reservebank, aber so hast du ja, ihr habt es ja schon angesprochen, wenn du hier einen Müller, einen Stendera, meinetwegen noch verjährt für die Abwehr, dann hatten wir Alain, dann hätten wir im Endeffekt noch einen Willems, falls Kostic eben doch spielen, etc. Also, du hast ja so viele Spieler, die eigentlich dann im Spiel dir doch so viel mehr geben können, als zumindest ein Hargota, wenn er, was er zumindest bisher gezeigt hat. Ich verstehe deinen Ansatzpunkt, Marvin. Es ist aber, glaube ich, super schwierig, das in diesen Situationen überhaupt auch nur ansatzweise einzubringen. Sind wir doch froh, dass wir ihn gerade nicht brauchen. Wer weiß, ob wir ihn vielleicht nicht doch nochmal brauchen. Also, das kann ja sein, Marvin, dass wenn wir umso älter die Saison wird und dann haben vielleicht irgendwann mal Rebic und Jovic gleichzeitig irgendwie eine Sperre oder eine Verletzung oder beides unterschiedlich, dass du dann wirklich sagst, okay, dann stellst du halt mal Gota neben Haller, weil von der Spielstatik würde das passen, ehrlich gesagt. Also, ich würde da gar keinen Widerspruch sehen, zu sagen, okay, Gota, ich glaube, Haller und Gota könnten gegenseitig voneinander profitieren, weil die in der Vergangenheit meistens beide alleine vorne gespielt haben und nicht gut ausgesehen haben. Das stimmt. Und die dann, wenn du so einen Sturm machst, wo gerade momentan Rebic, Haller, Jovic, Rebic, Haller, Jovic, diese Kombinationen, wenn da irgendwie mal zwei wegbrechen, dann hätte ich keine Bauchschmerzen, zu sagen, okay, vielleicht kannst du mit Haller und Gota spielen. Die sind Gott sei Dank noch nicht in der Situation, dass so ist, aber wer weiß, vielleicht müssen wir schon, wenn Marvin hat es von angesprochen, wenn wir nach Zypern fliegen, vielleicht ist er da schon wirklich ein Thema, weil vielleicht Jovic eine Zerrung hat oder sonst irgendwas, wer weiß das. Also von daher. Aber Herr Gota wäre nicht spielberechtigt, oder? Nee, nee, der hat keine Chance. Dann nicht, ja, dann vielleicht dann gegen Nürnberg. Aber wir wissen nicht, was am 20. Spieltag ist halt so, ne? So zum Beispiel, eben. Also, ja, ich finde, ja, ich wollte es einfach nochmal mit euch diskutieren. Nee, gut, guter Punkt. Nee, ist ja ein wichtiger Punkt. Schauen wir mal. Aber es ist halt geil, im Endeffekt können wir mega froh sein. Guck mal, wir haben momentan, natürlich ist es erst noch Beginn der Saison, aber wir haben noch relativ wenig schwerverletzte Spieler, die uns komplett fehlen. Ja, natürlich war es echt extrem bitter, dass Chandler raus ist, der auch wahrscheinlich nicht mehr wirklich wiederkommen wird. Salcedo nervt, ja, aber ansonsten sehen wir ganz gut. Patience, ja. Ja, gut, aber da kann ich nicht abschätzen, wiefern der für uns relevant geworden wäre. Aber die anderen Spieler, die fehlen halt schon, aber ansonsten ist der Kader halt momentan gut und ich bin optimistisch. Ja, ich ehrge auch. Ich habe nur, wenn wir solche Gespräche führen, immer so ein bisschen Angst, dass dann irgendwie im nächsten Spiel zwei mit der Trage vom Feld getragen werden. Genau, das habe ich auch gegenseitig. Ich gejinxt habe, dass Jovic jetzt verletzt. Sorry, Luca, das war nicht so gemeint. Also, wenn da jetzt irgendwie aus dem nächsten Spiel ein Schwerverletzter rausgetragen wird, dann seid ihr beide das schuld. Nur, dass wir das einmal klar und deutlich hier gesagt haben. Nur, wenn er im Offensivbereich ist. Genau. Gut, andernfalls ist Marvin halt der alleinige Schuldige. Andererseits bist du schuld, weil du das Thema hier noch immer heiß gemacht hast gerade. Ja, ja. Das heißt, alle bis auf Dennis sind schuld. Dennis ist bei Mittelfeld schuld. Also Marvin und ich in der Offensive, Dennis Mittelfeld, du in der Abwehr. Na gut. Und die Alex, wenn der Torwart sich verlässt. Dann ist alles aufgeteilt. Aber ganz kurz nochmal, weil du sagst Mittelfeld. Wen hatten wir denn jetzt genau im Mittelfeld eigentlich gestellt? Also Haller und Jovic vorne? Wir hatten Haller und Jovic vorne. Dahinter Fabian war letzter Punkt. Wir hatten dann gesagt, auf den Außen Willems und Da Costa. In der Mitte hatte ich jetzt so verstanden Toro und Degussmann. Degussmann finde ich extrem wichtig für das Thema Standards, die du halt einfach auch gegen eine Mannschaft für Düsseldorf auch durchaus mal gebrauchst. Dreierkette, Russa, Seben, Dicker und Trapp im Tor. Das war unsere Aufstellung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ja, so hatte ich es auch hier notiert. Danke. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Du schreibst mit, Dennis. Ich bin ein Bleisssternchen. Hervorragend. Dankeschön, Dankeschön. Muss auch mal sein. Wow. Gut, dann sind wir, glaube ich, mit unserem Ausblick auf das Spiel gegen Düsseldorf schon rum. Freitag 20.30 Uhr. Heimspiel, Flutlicht. Extrem geile Stimmung. Das kann eigentlich nur ein richtiges Fußballfest werden. Da haben wir zwei Hörerfragen, zu denen ich jetzt elegant überleiten würde. Und die erste ist mir gestellt worden gestern Abend in dieser Rasenfunkaufnahme, zu der ich nachher noch was sagen werde. Und ich hatte nicht wirklich eine Antwort und habe ich gedacht, fragst du die mal den Marvin, der Marvin hat zu... Kennt man von dir. Genau, aber ich habe ja dich, Marvin, und du hast ja zu allem immer eine Meinung und du kannst sowieso immer reden und tust das auch. Und deswegen stelle ich dir jetzt mal die Frage, und zwar bin ich gefragt worden, zu der Fusion zwischen Eintracht und dem ersten FFC Frankfurt. Ich meine mich sogar erinnern zu können, dass wir da schon mal drüber gesprochen hatten. Da war die Frage, ob wir da schon mehr dazu wüssten und ob die Eintracht-Mitglieder dem überhaupt irgendwie zustimmen müssten. Ich meine mindestens, dass wir zustimmen müssten, weil Vereinsfusionen ist ja immer irgendwas, Satzungsänderungen, wo die Mitglieder irgendwie befragt werden. Aber wie ist da der aktuelle Stand? Ich habe da nichts Aktuelles. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir zustimmen müssten, allein aufgrund der Tatsache, wenn es in die EV eingegliedert wird. Also wenn das jetzt als AG dann irgendwie, dann weiß ich nicht genau, da kenne ich im Satzungsrecht wirklich auch zu schlecht aus. Ich glaube aber schon, dass man da zustimmen müsste. Ich glaube aber nicht, dass es ein Problem wäre, denn es würde gleichzeitig ja bedeuten, dass die Frauenabteilung der Eintracht gestärkt würde. Und ja dann auch, ja, eine Fusion ist, ja, meiner Meinung nach irgendwie, ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite merkst du, dass der Frauenfußball immer schwieriger wird. Also auch die Professionalisierung dort, auch die finanzielle Belastung dort wird immer größer, weil es immer mehr Zugpferde gibt, die auch da Geld reinbuttern. Auf der anderen Seite merkst du, dass es auch für den Frankfurter, für den FFC immer schwieriger wird, Erfolge zu erringen. Nach dem Champions-League-Sieg ist danach nicht mehr viel gekommen, was natürlich auch eine große Nummer ist. Relativ viele Trainer im Wechsel gehabt und so weiter und so fort. Also mäßiger Erfolg, halt auch damit zusammen, dass die Bayern relativ viel Geld reinstecken. Wolfsburg gibt es da auch noch und noch ein paar andere. Insofern macht es schon Sinn, müssen wir dann sehen, was man mit der eigenen Eintracht da macht. Aber das war der erste Punkt. Ich glaube, die würden zustimmen. Und die zweite Frage habe ich vergessen. Wissen wir oder hast du einen aktuelleren Stand, außer dem, was man der Presse ja entnehmen konnte, dass es da Gespräche gibt und die wohl angeblich auch schon sehr weit sind? Also die sind ja, die sind schon sehr, sehr weit. Das ist momentan nicht das Dringlichste. Ich glaube, der Spielbetrieb für diese Saison wird auf jeden Fall noch logischerweise separat gestaltet. Ich glaube aber, dass es im Winter weitergeht und im Januar gibt es ja wieder eine Mitgliederversammlung vom Verein, von der LV und das wird definitiv Gegenstand sein. Ich weiß, dass der Sigi Dietrich, glaube ich, im letzten Jahr, ich glaube, der ist auch schon Eintracht-Mitglied schon seit längerem. Kann sein, dass ich da falschen Quatsch erzähle. Ich glaube, der ist aber schon länger, der läuft auch schon länger bei der Eintracht rum und so. Das ist jetzt alles nichts Neues. Also das hat sich schon viele Jahre angekündigt. Und ich würde fast von ausgehen, dass es im Winter, wenn es ein bisschen Ruhe gibt, wenn zwischen Europa Cup und Bundesliga ein bisschen Ruhe ist, dass das Thema nochmal genauer aufgekocht wird und dann wird überlegt, wie man die Eingliederung am besten hinbekommt. Ist es aber auch so eine Sache, das darf man auch nicht vergessen, dass die Frage sich dann gestellt wird, inwiefern und wo dieser Verein dann Fußball spielt. Denn momentan ist es halt in diesem Rot-Weiß-Stadion am Brentano-Bad, wo der FFC auftritt. Und warum sollte das noch so sein, wenn die als Eintracht dann eingegliedert ist? Dann könntest du es ja theoretisch dann halt auch alles am Riederwald machen. Und dann stellt sich halt wieder die Frage, ja super, dann ist die Stadt Frankfurt aber vielleicht unzufrieden, weil sie haben einen Fußballplatz, der dann nur noch von einer Mannschaft bespielt wird. Das war Rot-Weiß und die sind auch nicht gerade. Das wurde doch auch erst umfassend modernisiert, oder? Ja, genau. Das ist halt alles nicht so ganz so easy. Also das muss man dann sehen. Dann kommen Interessen der Stadt noch mit rein. Also ich glaube, en détail muss das alles noch bald dovert werden. Ich glaube aber, dass es auf jeden Fall vollzogen wird. Ich halte das auch für eine geile Idee, weil die Eintracht ist momentan ein Verein, dem viel Hype entgegen, also der bekommt viel Hype momentan. Das läuft gut. Wir sind in der Europa League, da sind auch viele junge Frauen, die Bock haben, Fußball zu spielen, die sich auch damit identifizieren. Und wenn die Eintracht dann halt ein Bundesliga-Team vorweisen kann, kann man auch sagen, ja, wir haben halt auch ein Team, was wir jetzt supporten. Das ist unsere Eintracht. Eine gewisse Gleichwertigkeit herstellen. Vielleicht auch mal zu Top-Spielen sagen, naja, gut, wenn wir das lange genug promoten, ja, dann könnte man theoretisch auch mal in der Commerzbank spielen mit 30.000 Zuschauern oder sowas. Da gibt es halt mehr Möglichkeiten. Insofern würde ich das schon ziemlich gut finden. Aber das muss im Endeffekt natürlich, das ist auch ein Riesending, das ist gar nicht so einfach, wenn man sich das vorstellt. Das ist ähnlich, wie wenn man jetzt sagen würde, man wird jetzt die U21 wieder installieren. Ja, klar, das ist natürlich immer so organisatorisch und rechtlich ist das natürlich immer ein ganz enormer Aufwand und da sind viel Beteiligte einfach auch mit dran, die man da auch irgendwie mitdenken muss. Aber ich, also ich kann es mir aber, ich kann es mir richtig geil vorstellen. Ich finde, es macht Sinn, ne? Ja. Ich bin ein bisschen, ja, euphorisiert von dieser Idee halt, weil natürlich ist das wie der Fußball. Auch da musst du natürlich intern halt im Verein dann wieder sagen, ja, okay, wir bedienen aber nicht nur Fußball, es gibt noch andere Sportarten, weil natürlich ist es halt immer so ein bisschen, du musst in einem Verein, in dem es so viele andere Sportarten gibt, natürlich auch die anderen Sportarten dementsprechend wertschätzen, ne? Und wenn dann nochmal so ein massives Ding dazu kommt, muss man abwägen. Aber ich glaube, allein für den Standort, Fußballstandort Frankfurt wäre es, glaube ich, nicht verkehrt, weil du würdest, jetzt bin ich auch gleich ruhig, aber du würdest auf der einen Seite es dann auch dementsprechend hinbekommen, dass du halt sagst, ist finanziell abgesichert, ne? Also der FFC, also Frauenfußball braucht sich dann finanziell keine Gedanken machen an Frankfurt und das ist schon eine wichtige Sache. Das ist auch viel werter, das stimmt. Siehst, da hat sich doch meine Theorie, dass du zu allem eine Meinung hast und sie lang und breit kundtun, hat sich doch bewahrheitet, hervorragend. War gut, alles gut. Dann darfst du auch schon direkt mit der zweiten Frage weitermachen, weil die hast du quasi ja selbst intruiert. Und zwar hattest du auf Twitter mit dem Ed Pediwan eine Diskussion, da ging es um diesen, erneuten Hummels-Tweet, wo du angedeutet hast, du würdest zur Strategie dazu noch ein bisschen was sagen und hast es dann irgendwie auf Twitter so ein bisschen verpennt. Und deswegen darfst du das jetzt hier gerne nochmal nachholen. Nö, ich hab's nicht verpennt, ich hatte einfach keine Zeit, aber nee, ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass das, ach Hummels eigentlich in der Regel relativ oft mittlerweile auf der einen Seite so bei Reportern erstmal so pseudomäßig die Schuld bei sich sucht und dann sagt, ja, wir müssen, aber das sind auch alles nur Phrasen, so wie so Politiker. Ja, wir wissen, das Wahlergebnis war scheiße, wir müssen zusammenstehen, analysieren, so was die jetzt nach der Bayernwahl alle sagen. So sagt das der Hummels dann auch, wir müssen zusammenstehen, analysieren, das haben wir noch scheiße gemacht, bla bla bla, was ja an sich erstmal ganz okay ist, aber dass dann im zweiten Schritt immer wieder der Weg dann gesucht wird, um irgendwie doch andere zu kritisieren, jetzt war das zuletzt mit den Journalisten, die ja, naja, sehr kleinkariert dann irgendwie blöd anmacht und generell, wenn Kritik an ihn dann gerichtet wird, ist er sehr, sehr dünnhäutig, das haben wir vor ein paar Monaten auch schon mal gemerkt, als er sich dann plötzlich mit komischen Sprachausfällen in Sachen Gutmenschen hatte. Ich erkenne halt bei ihm so eine gewisse, ein gewisses Vermischen, was überhaupt noch eigentlich cool ist und was nicht mehr cool ist, also keine Ahnung, Basti, du weißt ja auch, also seitdem er da seine Freundin da hat, scheint einiges nicht mehr ganz so gut zu laufen. Ja, ich finde Hummels hat ganz, ganz viel, weil er war ja tatsächlich, was auch nicht schwer ist, aber er galt ja immer als einer der intelligenteren Fußballer, will ich mal Ja, genau. Und das ist ja so, dadurch, dass man durch die sozialen Medien vielleicht auch so ein bisschen mehr von Leuten mitkriegt, ist das bei ihm arg gebröckelt. Also er fällt öfters durch merkwürdige Aussagen, auf dem Arwen hat das angedeutet, dieses jetzt in Journalisten in Anführungszeichen zu setzen. Das sind alles für sich selber, keine skandalösen Tweets und das ist jetzt auch nichts, wo man wirklich die nächste Sau durchs Dorf treiben muss, sollte man sowieso nicht, aber er ist trotzdem einer, wo du immer das Gefühl hast, wenn er irgendwie eine Selbstreflexion hat, dann wirkt die nicht authentisch, sondern das ist nur, ja das ist wie wenn du in der Zeitung Kommentar einleitest und du bist quasi qua, qua Form gebunden erstmal die Gegenseite auch mit zu beleuchten, aber eigentlich, und dann kommt dieses Aber, so wirkt er eigentlich auf mich auch. Also er wirkt immer so, ja, ja ich weiß, wir haben heute nicht gut gespielt, aber wir hätten ja bla 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 bla. Er nutzt seine Pseudo-Intellektualität als Schutzschild irgendwo, ne? Genau, weil die vielleicht für eine breitere Masse sogar noch funktioniert, die denken wirklich, das ist ein intelligenter Fußballer, aber wenn du ihn wirklich mal unter ein Brennglas legen würdest, würde auch rauskommen, dass da mehr als so, ja, Pseudo-Intellektuelle Phrasen auch nicht bei rauskommen und das würdest du dir halt von einem Führungsspieler, der ist ja ja sowohl bei Bayern, also auch bei Deutschland, in der Nationalmannschaft, würdest du ihr halt mehr wünschen, du würdest dir halt wirklich einfach jemanden wünschen, der dann an die Mikros geht und dass das eben nicht die jungen Leute sind, selbst wie Draxler und Kimmich, mit denen kann ich beide jetzt nichts anfangen, aber die haben nach diesem letzten Länderspiel gehaltvollere Sachen gesagt als er und eigentlich würdest du dir ja denken, hm, eigentlich sollte das von ihm kommen und dann liest du auch noch in der Presse so zwischen den Zeilen, dass er in der Mannschaft auch nicht so gut ankommt, dass die Leute sich auch so ein bisschen über seinen Habitus lustig machen und so ein Kram und das Ding ist, problematisch ist, ich kann das mir vorstellen auch, dass er wirklich ein, ja, merkwürdiger Typ ist, den du eigentlich vielleicht gar nicht so gut leiden kannst, ich kann ihn auf jeden Fall nicht gut leiden und er trägt mit seinen merkwürdigen Sachen, die er da teilweise äußert, auch nicht dazu bei, weil das geht manchmal bei ihm schon so wirklich in die Richtung Frank Buschmann, so von wie, ja, was wollt ihr denn alle von uns, bla bla bla, da denkst du ja, Leute, wir wollen wissen, warum ihr 3-0 verloren habt und warum du irgendwie seit ein, zwei Jahren seiner Form hinterherläufst und warum du es als Führungsspieler nicht schaffst, eine gute Stimmung in deinen jeweiligen Mannschaften zu schaffen, wo du wirklich ein wichtiger Teil bist und ich finde, diese Fragen sind erlaubt, klar soll man die nicht zu ekelhaft formulieren und die sind natürlich auch teilweise nervig, kann ich auch verstehen, ihn auch, aber wenn er zumindest dann, wenn er mal eine gescheite Frage gestellt kriegt, dann will ich auch eine gescheite Antwort haben und nicht den gescheiten Fragensteller abstrafen dafür, dass er vielleicht von jemand anders keine gescheite Frage gestellt bekommen hat und das vermischt sich bei ihm so ein bisschen und deswegen ist er bei mir auf der Sympathieskala auch nicht ganz weit oben. Ja, und was mich halt, was mich halt daran ein bisschen stört, aber ich will auch gleich nochmal gleich darauf zurückkommen, aber was mich halt da noch ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass er einen gewissen Status hat und das ist ein Status, den man auch nicht vernachlässigen sollte, denn er hat, Fußball sind Selbstdarsteller und Selbstvermarkter, das ist gar nicht negativ gemeint, aber das ist eigentlich ein Zeichen unserer Zeit. Wenn heute Kinder Trikots kaufen, kaufen sie, weil da Ronaldo draufsteht oder vielleicht selbst sogar Hummels oder so, die kaufen nicht, weil oftmals gar nicht mehr, weil der Verein dahinter steckt. Also ich weiß nicht, ob Ronaldo jetzt bei Juve oder Real spielt, das ist für die Kids zweitrangig, wenn der da 30 Spuren macht, dann finden die es geil, weil das halt Ronaldo ist. So, und das heißt, das sind Leute, das sind einzelne, ja, das sind einzelne Firmen mittlerweile und dann muss man sich als Firma halt auch in gewisser Weise der, ja, der Verantwortung stellen und wenn er dann halt an Journalisten in Anführungsstrichen setzt, dann degradierte halt genau die Journalisten und das, und da schwingt für mich als skeptischer Mensch halt auch gleichzeitig durch, dass er den halt nicht, dass er die nicht als echte Journalisten sieht und dann frage ich mir die Frage, ja, was definierst du denn Journalisten und warum fängst du jetzt mit so einer Scheiße an? Also ich meine, was erlaubt er sich denn, ja, also das ist dann, finde ich, ich finde halt diese unnötige Kritik nach Kleinigkeiten halt auch total absurd und da muss, und das merkst du dann halt übrigens auch, wenn du in die Kommentare guckst und wenn ich in die Kommentare gucke und sehe, ja, ja, immer die Lügenpresse, da waren Kommentare genau so und wenn dann da drin steht, ja, ne, die Medien halt, wie sie sich das alles verdrehen, dann muss ich sagen, ja, Hummels, ist das jetzt genau deine Intention, dass du es genau in diese Richtung treibst, brauchen wir das aktuell? Glaube ich nicht und dann hat er einen Fehler gemacht und dann finde ich das halt auch einfach scheiße. Dann will ich aber dazu sagen, finde ich es gut und das muss ich, das muss man ja auch dazu sagen, wenn man über Hummels spricht, ich fand es im höchsten Maße respektabel, dass er sich dafür entschuldigt und hat halt gesagt, das war blöd formuliert, das wollte er so nicht machen und das muss ich dann auch sagen, dementsprechend muss das hier auch nachgeschoben werden, finde ich cool, dass er dann immerhin auch die Größe beweist und sagt, okay, das war scheiße, weil man genügend Leute nicht, finde ich klasse, dass er es gemacht hat. Ja, es ist halt, wie gesagt, er meint das wahrscheinlich selber gar nicht so, aber er muss trotzdem wissen, dass es vielleicht Leute gibt, die dann denken, dass er es so meint und das... Er kennt auch die Tragweite seiner Aussage, er kennt mir daran nichts, sondern er denkt halt, naja, ich mache hier mal so einen Spruch und er weiß gar nicht seine Rolle, die er eigentlich da einnimmt und ihr habt es ja schon richtig gesagt, ein Vorbild und viele Leute, oh, was er sagt, ist für mich wichtig und bilden sich dann auch eine entsprechende Meinung und ich glaube, das ist tatsächlich ihm nicht bewusst, zumindest in so einer Situation und das ist schon seltsam und da bin ich voll bei euch, da zweifelt man dann wieder die Intelligenz eines Mats Hummels natürlich an, denn eigentlich müsste er sich bewusst sein, was für einen Einfluss er auch nehmen kann. Aber wie gesagt, in dem betreffenden Punkt, finde ich, hat er das dann egalisiert, weil er hat sich entschuldigt, er hat dann gesagt, hier Leute, das ist scheiße gelaufen und dann muss ich sagen, wir haben ja jetzt generell über Hummels gesprochen, aber wenn wir dann sagen, okay, das gab eine Entschuldigung, dann ist es auch gut. Also dann ist es halt so, müssen wir halt mal gucken, aber das hört sich jetzt auch blöd an, ich bin jetzt durch den politischen Diskurs einigermaßen empfindlich geworden, aber wenn er das jetzt alle zwei Wochen macht, dass er halt Leute erst beschimpft und dann irgendwie sagt, oh ja, sorry, habe ich nicht so gemeint oder so, oder wenn er sonst irgendwelche Gründen sagt, genau, dann fällt es mir dann schon so auf, okay, dann weiß ich, in welche Strategie das geht, ich glaube es aber nicht. Um da mal so einen Mittelweg reinzubringen, finde ich bei Hummels, und der soll gar nicht mehr so viel Platz hier in unserer Eintragssendung kriegen, aber um so einen Mittelweg bei ihm reinzukriegen, kriegen, es ist einfach so, die Aussagen, die er tätigt, sind nicht optimal, die sind aber auch nicht überdramatisch. Er sollte sich einfach so ein bisschen mehr überlegen, vielleicht was er an gewissen Stellen sagt, es ist aber, wie gesagt, kein Skandal, den man aufbauschen muss, es zeigt für mich trotzdem auf der anderen Seite, dass er nicht der Führungsspieler sein kann, den sowohl der FC Bayern als auch die Nationalmannschaft aktuell braucht, das zeigt es einfach für mich. Also das ist für mich keiner, wo ich sage, okay, der hat einfach in der Summe zu viel merkwürdige Dinge getan, als dass ich ihn selber irgendwie, für mich ist er zumindest keine Identifikationsfigur zu sagen, okay, ich finde es sehr geil, dass er eine Nationalmannschaft spielt und er ist hochsympathisch, ist er nicht. Es ist für mich auch kein Timo Werner, aber es ist so ein, der soll einfach Innenverteidiger sein und von mir aus auch internationale Klasse darstellen, aber es ist für mich nicht derjenige, der einer der Gesichter des deutschen Fußballs bleiben sollte, meiner Meinung nach. Ja, ja, ist so, aber vielleicht kann er sich das durch Leistung auch wieder mal zurück erkämpfen, weil ich glaube, das wäre nicht schlecht. Das wäre ihm als Fußballer vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, theoretisch gesehen könnte das funktionieren. Das ist ein neuer Trend im Fußballer, auch auf dem Platz überzeugend. Ja, genau. Das wird das neue heiße Ding hier. Ob sich das durchsinnert. Ja, Leistung statt labern, meinte er. Die Zeit ist vorbei, genau. Leistung statt labern. Leistung statt labern, Dennis, du bist in den 90ern hängen geblieben. Aber es ist trotzdem ein guter Sendungstitel, will ich sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, schön. Nicht verkehrt. So, dann. Leistung statt labern, damit dissen wir uns eigentlich auch selber. Natürlich. Hallo? Das Ding ist, dass die größten Teile unserer Sendung, über die wir heute sprechen, eigentlich ist total selbstreferenziell und auf uns bezogen werden könnte. Kleine Selbsthilfe-Gruppe hier. Ich spiele nicht mal selber Fußball, wir labern nur und können selber nicht mehr so. Ich treffe noch nicht an keinen geraden Baller, sonst kann man ja sogar nachverfolgen. Steht, ist sogar auf YouTube. Ja, ich habe schwer gelacht, als du da halb in den Boden getreten hast. Da könnt ihr froh sein, dass ich da nicht dabei war. Ich hätte euch beide in den Namen weggemacht. Es gibt einen Rematch auf jeden Fall. Gut, klingt nach einer Challenge. Mensch, so, eigentlich können wir jetzt nicht ohne irgendwie Schmerz zum Dummschwärzer der Woche überleiten, von daher ignorieren wir jetzt eine Überleitung und spielen einfach den Jingle. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Auch wenn Länderspielpause ist, haben wir ein paar Dummschwärzer-Nominierungen bekommen. Bevor wir dazu kommen, müssen wir aber erstmal noch auflösen, wer denn letzte Woche das Rennen gemacht hat. Und da hatten wir ja eine ganze Reihe von Nominierten. Nominierten und es gibt wieder zwei erste Plätze oder zwei Menschen oder zwei Nominierte, die sich den ersten Platz teilen, so rum macht das mehr Sinn. Was ein Zufall schon, zweite Woche hintereinander, das ist ja echt nicht so. Wir haben ja genau zwei Leute, die abstimmen. So wirkt das langsam, René. Nee, 45 Antworten haben wir bekommen. Krass. Und das teilt sich dann so auf, dass auf Platz eins, auf der einen Seite die Bildredaktion, Sportbild, Bildredaktion, für diesen wunderbaren Clickbait-Artikel zu dem Tod von Tores Bruder gelandet ist. Und der andere ist Benni Zander von The Zone für diesen wunderbaren Satz mit gute Nachrichten für deutsche Fußballfans. Leipzig hat das 1-0 geschossen. Ich hätte, wenn ich zwischen den beiden wählen müsste, einen ganz klaren Favoriten. Und wer... Ich würde sagen, bei Gleichstand entscheiden wir die Bild-Zeitung. Ja, definitiv. Also etwas selten Dämlicheres habe ich lange nicht gesehen. Wobei, wer weiß, vielleicht ist da heute auch das ein oder andere noch dabei. Dann gucken wir mal, wer diese Woche nominiert ist. Und da haben wir gleich zweimal den eben lang diskutierten Herrn Hummels drin. Einmal wird er nämlich für diesen Tweet, den wir gerade eben besprochen haben, von Ed Kaffeetrinker und Ed Theony nominiert. Und der Hörer Joe2Go hat Mats Hummels nochmal für dieses leicht dünnhäutige Interview nach dem Niederlande-Deutschland-Spiel nominiert. Dann haben wir noch eine Nominierung von unserem Hörer Ad Chancentod TM. Und zwar nominiert der Uli Stein, der in der Bild-Zeitung... Ich habe es nicht verifiziert, weil ich lese keine Bild-Zeitung. Von daher gebe ich es jetzt einfach mal so ungeprüft weiter. Gesagt hat, dass er heutige Spieler als Warmduscher empfindet und hat als Aufhänger für das Ganze die Gehirnüberschütterung von Karius im Champions-League-Finale angeführt. Ja, genau. Das ist das Einzige, was mir dazu auch eingefallen ist. Stulli ein muss auch manchmal seinen Kopf zumalern. Meine Fresse. Ja, und den Mund. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist schade. Das Problem ist, ich mag den... Also das ist so, wenn die Helden deiner Kindheit irgendwie so bröckeln, ist das gar nicht so einfach für einen. Aber was ist das denn? Also das ist so eine typische Mario-Basler-Aussage. Da gehen ja mittlerweile auch oft diese Compilations rum, was der Basler in diesem Mobilat-Sauf-Talk da alles von sich gibt, wo die Leute sagen, boah, das ist voll der echte Typ. Nee, das ist einfach ein Idiot. Also dieses von... Du willst das Geld doch auch nehmen. Und das geht in dieselbe Richtung Warmduscher. Aber ganz ehrlich, wenn jemand eine Gehirnerschütterung hat, gerade in heutigen Zeiten, wo wir viel, viel über Gehirnerschütterung lernen, auch im American Football und so, im Fußball wird's auch noch unterschätzt. Ja, Leute, dann lest doch auch mal was. Also, aus der Zeit, oder nicht? Also ich verstehe es nicht, dass sie irgendwie keinen Wissensdurst mehr haben scheinbar in dem Alter. Ja, die 5 Minutes of Fame sind halt auch bei so Leuten, die halt jetzt leider nicht mehr total im Rampenlicht sind. Und es ist bedenklich halt, dass durch solche Aussagen, die dann irgendwie wieder zum Vorschein treten. Ich glaube, Uli Stein kann's besser, ja. Sollte er nochmal probieren. Ja. Genau. Gut zusammengefasst. Ich meine, was... Nicht aufgeben. Nicht aufgeben, Uli. Try harder. Try harder next. Try harder. You can do better. Uha, uha. I believe in you. You're good. Wen haben wir noch? Sehr schön. Dann haben wir als nächstes eine Hörernominierung von Kai. Und zwar hat er uns ein Bild geschickt. Da haben die Kollegen von Sky im Spiel gegen Hoffenheim die Aufstellung der Eintracht präsentiert. Und da war ganz rein zufällig als Trainer nicht Adi Hütter, sondern Werner Leuthard angezeigt. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Wir haben ja sogar schon bei Fußballzeit ausletzte Woche verarbeitet, als wir den Namen da unten auch eingeblendet haben. Aber ja, ist interessant. Die Frage ist, dass du halt auch erstmal so darauf kommst, Respekt, ja. Aber ich glaube, da war irgendwie jemand komplett fußballfremdes am Werk. Ja, wer ist so der Trainer? Einer von denen? Aha. Ja, gut. Einer muss es sein. Machen wir mal der mit dem längsten Namen oder so. Kondition ist wichtig. Ja. Lustig. Kleiner Gag. Passiert halt immer mal, ne? Naja. Dann haben wir ganz taufrisch. Die ist quasi gerade drei Sekunden vorher hier eingetroffen. Und zwar hat der Benedikt uns über den Chat noch eine geschickt. Ich hatte sie nicht mitbekommen, weil ich die aktuell 93-Folge noch nicht gehört habe. Ich glaube, da hattet ihr das schon mal thematisiert. Und zwar ist das MAN, hier Mannschaftsbus.de. Diese Gewinnspiele. Sie verlosen Freitickets für ein Heimspiel bei Dortmund. Und die Gewinnspielfrage, wenn ich das so richtig verstehe, ist die Frage, wie viele Spieler, die damals bei dem Anschlag im Bus saßen, sind heute noch beim BVB im Kader. Oh Gott, das ist blöd. Und das ist doch irgendjemandem Verantwortlichen zum Lesen. Und der sagt dann, ja, gute Idee, mach ich. Was ist denn da? Hier cool, was wir hier mit Bus zu tun haben. Wir machen ja auch Busse hier. Cool. Ja, wie gesagt, die haben sich auch ziemlich plott entschuldigt. Aber es ist, wie gesagt, wie der Marvin es gesagt hat, da fragt man sich eher. Klar kann das eine einzelne Entgleisung von einem, kann immer passieren. Aber wie der Marvin es sagt, das geht ja durch mehrere Stufen. Da fragt man sich dann schon, wenn einer dann wirklich, einer tut das dann auf die Homepage machen, einer denkt sich das aus, bla bla. Da fragt man sich dann schon, wie sind da die Abläufer, wurde da eine Wette verloren oder was war da? Also keine Ahnung, das ist fast nicht zu erklären. Gut, wie gesagt, sie haben sich entschuldigt das gelöscht. Aber ja, wundert man sich dann doch, dass sowas von offizieller Stelle kommt. Wir haben es gestern bei 390 so gesagt, ganz ehrlich, das wäre nicht mal uns eingefallen. Und wir müssen vor der Realität kapitulieren, weil das war wirklich sehr absurd, als ich das zum ersten Mal las. Also das hat ja sogar mehrere Ebenen. Denn auf der einen Seite geht mir mega auf den Sack, dass das ja immer noch thematisiert wird. Also jetzt von Reportern regelmäßig. Das ist ja regelmäßig so, ja und vor zwei Jahren oder was weiß ich, oder vor einem Jahr und drei Monaten. Oh ja, und dann war der gleiche Wetterstand, da waren auch 23 Grad oder irgendwas. Es wird ja mittlerweile für jedes Intro, was irgendeine Connection dazu hat, wird dieser irgendwie versucht, noch mit rein zu interpretieren. Oder wenn mal zwei Spiele verloren werden, wird das ja auch immer gleich gesagt und so. Also es wird schon ziemlich gebetsmühlenartig wiederholt. Dass es trotzdem ein Prozess ist, der da halt eine gewisse Zeit dauert, das glaube ich auch. Aber dass du das auf diese Art und Weise dann da nochmal mit reinbringst, weiß nicht, ist schon eine Geschmacklosigkeit der besonderen Art. Also da fehlen mir echt die Worte. Ich kann da auch nur im Kopf schütteln, also ist, ja, brauchen wir glaube ich nicht mehr zu sagen. Dann hat Dennis glaube ich gerade eben noch einen Nominierten eingetragen. Ja, genau. Und zwar geht es im Endeffekt darum, Stendera hatte ja in einem Interview zu potenziellen möglichen weiteren Einsatzzeiten, wo er sich gefreut hat, dass er eben jetzt mal spielen durfte und hofft, dass er weiter spielen kann. Und hat dazu dann gesagt, ich kam darauf, dass ich an meiner Fitness arbeiten muss. Ich bin einfach fleißiger geworden, habe das Krafttraining gesteigert. Meine Ernährung ist bewusster geworden. Dazu muss man mal sagen, der Marc Stendera ist, glaube ich, seit 2012 bei der Eintracht im Profikart. Seit 2010 spielt er zumindest in der Jugend der Eintracht, wo du einfach nur sagst, und jetzt fällt dem ein, ah, okay, ich muss ein bisschen fleißiger werden und muss Krafttraining steigern und so weiter. Also es kann ja wohl nicht sein Ernst sein. Hallo, die Gesundheitsministerin hat gesagt, die Pizzas sollen kleiner werden. Das Pflanze vielleicht auch ihm zu Hause, denke ich mir. Ja, Pizzas ist wunderbar, wunderbar, ja. Da fragt man sich auch, wer schreibt denen die Texte oder wer, also es ist total bananisch. Wer jetzt, der Dame, die gesagt hat, die Pizzas sollen kleiner werden. Das muss alles aus derselben Richtung kommen. Hey, du, du bist ja Politikerin, ich hab einen guten Spruch für dich hier. Mach die Pizze. Ich weiß, wie wir die Probleme in dem Land lösen. Die Pizzas müssen kleiner werden, dann ist alles in Ordnung. Das ist die Lösung für alle unsere Probleme. Alles klar, finde ich gut, machen wir. Dann essen die Leute halt zwei Pizzas, das löst es nicht raffen. Oder bestellen sich ja gleich eine Familienpizza. Ja, die ist dann so groß wie eine normale Pizza, also es geht dann einfach nach unten durch. Aber ja, ich kann die Nominierung von Dennis nachvollziehen, weil bei Stendera hat man sich das ja sowieso schon gewünscht um die Diskussion, dass die Eintracht seinen Müll durchsucht nach Pizzakartons. Die gibt es ja schon länger, die ist ja nicht neu. Dass er jetzt draufkommt und denkt, hm, vielleicht sollte ich mal trainieren. Ja. Wünscht man sich jemandem in seinem Umfeld, der ihm vielleicht diesen heißen Tipp, genau wie, heute ist die Sendung der heißen Tipps. Fußballspielen statt Labern ist wichtiger. Ja, und hier, trainieren ist im Fußball auch ganz wichtig. Also, der Eintracht-Podcast rettet quasi den deutschen Fußball. Ja, aber da sind ja auch nochmal zwei Ebenen drin. Das eine ist ja, wenn du es dann irgendwann nach 12, 20 Jahren mal verstanden hast und dann anfängst, aber dich dann auch noch vor die Kamera oder vor ein Mikrofon zu stellen oder vor irgendeinem Pressevertreter und zu sagen, hey, ich habe es jetzt nach acht Jahren endlich verstanden, ich muss trainieren. Ja, gut, aber Leute, was soll er denn sagen, ne? Das ist erstmal eine scheiß Situation, dass der überhaupt gefragt wird, weil, weißt du, es geht ja auch immer rum, das ist ein kleines, dickes Stendera oder so, weißt du, das ist ja auch für ihn irgendwie eine schwierige Situation. Sie hört das ein oder andere Mal in diesem Podcast. Ja, lass einfach mal warten, ob der noch ein paar Spiele macht und wenn er sich wirklich daran gekämpft hat, dann können wir ja ein Resümee ziehen. Ansonsten ist es halt ein Interview von vielen, ich verstehe auch die Nominierung, weil ich es auch ein bisschen absurd finde, als Profi muss man halt irgendwie sehen, dass man zur Rande kommt, vielleicht ist er aber davor immer nur mit seinem Talent so weit gekommen. Es gibt ja Spieler, die haben halt das unglaubliche Talent, weil sie eine gewisse Qualität haben, die anderen verwert bleiben und kommen trotzdem relativ weit, obwohl die Fitness nicht so hundertprozentig ist. Bei Basler war es ähnlich, Ronaldo, der Typ mit der Zahnlücke, war auch nie ein Trainingswunder und hat es trotzdem relativ weit gepackt. Vielleicht hat dann der auf seinem Niveau das halt auch relativ weit gepackt und irgendwann ist es halt gestoppt. Wir wissen es nicht. Es wundert mich, dass er das unter Kovac nicht gemerkt hat, weil Kovac war halt schon ein Trainingshund. Aber naja, das hat schon ein bisschen hinter Mut gelebt. Basti, wie heißt nochmal der Fußballer, der Jahrzehnte als Fußballer gearbeitet hat, aber nie einer war? Carlos Kaiser, glaube ich. Carlos Kaiser, danke. Ich fühle mich in dem Zusammenhang gerade ein, aber ich hatte den Namen nicht präsent. Ja, okay. Habt ihr noch weitere Nominierte oder Nominiertinnen, sagt man das so? Dürfen auch Frauen genannt werden? Nein? Gute Frage. Haben wir noch weitere Nominierte? Nee, ich glaube. Nö, momentan. Ich könnte viele Nominieren, aber nicht heute. Ja, gut. Aus dem bayerischen Raum eignen sich da gerade relativ viele. Nee, da wird die Liste lang. Auch in der näheren Umgebung. Ja, auch in der näheren Umgebung. Ja, stimmt. Auch in der näheren Umgebung gibt es den einen oder anderen. Halbe Größe. Ja, ja, ja. Bedenkliche Größe auf jeden Fall. Also nur ein Halbgruß. Ja, nein. Nun ja. Auf das Thema brauchen wir jetzt nicht drauf einzugehen. Nee, also wollen wir ja auch aus Selbstschutz nicht. Noch nicht. Noch nicht. So gut. Empfehlung. Genau, die Empfehlung. Ich mache mal hier den Vorreiter. Ich empfehle das aktuelle Tribünengespräch, Ausgabe Nummer 25 zu Fußballpodcast. Da haben wir gestern Abend etwas aufgenommen. Der Max hat das heute schon veröffentlicht. Das war quasi zeitgleich mit dem am Eingang schon erwähnten der Pressemitteilung zum Gewinn des Fanpreises der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Da waren unter anderem auch gestern bei dem Podcast noch dabei der Klaas von Colinas Erben, der Mike von Millan Thun und noch viele weitere. Ihr könnt euch die komplette Liste da anschauen. Wir haben in knapp vier Stunden über Fußballpodcasts an sich, also erstmal über die acht Projekte gesprochen, aber dann auch über Fußballpodcasts oder Podcasts an sich und Reichweite und wie das so ein bisschen mit dem Markt aussieht und was man vielleicht tun sollte. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Podcasts empfohlen, also wer da Lust und Zeit hat, kann sich das gerne anhören. Max hat auch immer Kapitelmarken drin, also man kann da auch zu den gezielten Stellen springen, die man hören möchte, wenn man sich nicht die vollen vier Stunden geben möchte, was ich auch durchaus verstehe. Ja, klingt spannend. So, habt ihr noch weitere Empfehlungen? Ja, Logo. Also ich habe natürlich zwei Empfehlungen. Zum einen, geht das hier mal? Funktioniert es mal? Genau, und zwar bin ich sehr zufrieden mit der Folge gewesen. Ringfox Podcast. Wie unerwartet. Ja, kommt mal wieder. Und zwar haben wir eine Folge über Kanadier gemacht. Das ist die vorletzte Folge. Vielleicht geht heute schon eine neue raus, aber auf jeden Fall haben wir die vorletzte Folge, Folge 44, über kanadische Wrestler. Die hat mir sehr gut gefallen. Das war ein sehr rundes Ding. Und da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinhören. Natürlich habe ich ansonsten, kann ich noch empfehlen, unsere neue Fußball 2000. Knackiges Format, diesmal mit dem Philipp Hoffmeister. Und da reden wir auch über einen Held der Sendung, ja, über längst vergessene Stars, die aber eine relativ große Relevanz hier in diesem Podcast hatten. Wer kann sich denken, über wen ich meine? Also ein ganz großer Star, der leider viel zu wenig gespielt hat, aber trotzdem ein Held war bei uns allen, glaube ich. Habt ihr eine Idee? Kaio war auch dabei, aber das war, glaube ich, nicht Marvin. Ja, nee, aber mir ging es nur um Kaio. Also Kaio ist auch dabei. Also es werden Helden besprochen. Ja, und ansonsten, habt ihr noch Empfehlungen? Ich glaube nicht. Ich habe keine Empfehlung, nein. Gut, dann gute Tat der Woche ist jetzt, es geht so ein bisschen mit in die Empfehlungsrichtung auf der einen Seite. Und da will ich auf jeden Fall mal irgendwie, muss ich sagen, muss ich die Eintracht mal loben. Fand ich eine ziemlich coole, sag ich mal, am Sonntag bei der Buchmesse. Und es ist ein neues Buch, Eintracht-Buch ausgekommen. Und zwar ist es so ein Eintracht Frankfurt, wie geht das Buch, heißt es. Und das ist so ein bisschen Empfehlung. Aber es geht auch so gute Tat des Tages, weil ich den Ablauf ziemlich cool fand. Das ging von 14 bis 16 Uhr, zwei Stunden, hatten dann auch die Fans Zeit, natürlich erst mal sich Fragen zu stellen, um die Eintracht generell und das Buch. Und der Pokal wurde ausgestellt. Für zwei Stunden konnten sich Fans damit ablichten lassen, fand ich eine sehr, sehr coole Sache, auch bei der Buchmesse, auch gerade für die Kleinen. Und das Buch generell kann ich auch empfehlen, ich habe es nochmal durchgegangen, ich habe es auch zu Hause, habe es ebenfalls. Und ich finde es richtig gelungen, ein richtig schönes Buch. Inhalt ist so ein bisschen, wie funktioniert der Spieltag und sowas, oder? Wie funktioniert der Spieltag, wie funktioniert das mit der Eintracht generell, genau, was passiert vor dem Spiel, welche Vorkehrungen müssen getroffen werden, was ist mit dem Rasen und so weiter und so fort, kann der kaputt gehen, zack, zack, zack. Und dann aber natürlich auch die aktuellen Spieler so ein bisschen beleuchten. Ich finde es ein richtig gelungenes Buch, kann man sich für Junge mal angucken oder auch ältere Fans werden auch ihren Spaß haben. Und es gibt sogar was zum Einkleben, also das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ansonsten, gute Tat des Tages, haben wir da irgendwie noch was? Gibt es irgendwas, was gut gelaufen ist? Naja, die Franzosen, die Franzosen haben den Deutschen gerade einen Elfmeter geschenkt. Ich denke, das kann man als gute Tat des Tages. Also Jogi Löw, ein Punkt für Jogi Löw, sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus, ja. Wahrscheinlich, aber es ist auch so ein Langzeitplan, ne? Wahrscheinlich versuchen die Franzosen, Jogi Löw nur noch länger im Amt zu halten, damit es der Deutschen Nationalmannschaft dauerhaft schlecht geht. Genau, um uns bei der EM wieder vernichten zu schlagen. Könnte auch so eine Taktik sein. Ich richte noch Grüße in den Himmel aus an Emanuel de Greco. Frankfurter Leute werden ihn kennen, er hat immer zum Stadtbild gehört mit seinem fellgeschmückten Fahrrad. Meistens hellblauen Anzug. Ach ja, ist fehlend. Leider verstorben, viele, viele werden ihn kennen, also es wird auf jeden Fall was fehlen, wenn er nicht mehr da ist in Frankfurt. Hat irgendwie zur Stadt gehört. Irgendwie gehen einem so langsam so die... Original aus. Original aus. Original ist ein gutes Wort dafür, ja. Können wir froh sein, dass der Basti letztens zum Original gekürt wurde. Nachwuchs, Nachwuchs. Das Nachwuchs-Original. Grüße an Stefan Reich. Ja, also ich finde so ein Nachwuchs-Original klingt ganz gut, also mit stattlichen über 30. Aber für, also in der originale Kategorie ist das noch jung. Ich bin, äh, der aktuelle Titelträger ist wahrscheinlich immer noch Ebby Tust. Ja, auf jeden Fall. Aber den sieht man relativ selten, oder hast du den mal wieder gesehen? Ich habe ihn nicht, leider nicht gesehen. Er ist viel auf Mallorca unterwegs, ich werde aber nicht aufhören, den Kontakt zu suchen, vielleicht können wir ihn irgendwo mal treffen. Ja, vielleicht ergibt sich mal. Vielleicht kann er mir das Zepter weiterreichen. Auf jeden Fall, aber das Zepter ist dann gleichbedeutend mit der Brille, ne? Genau. Pass the torch. Von Ebby Tust und Busty Red. Das schmierst du noch mal aus. Sehr gut. Ja, also. Ja, gut. Ich bin sehr gespannt, wie ich das da verhalten soll. Ich bin auch noch unschlüssig, was er es über mich auch sagt. Ich bin ein halb seriöser Box-Promoter da. Genau. Hier, komm her, komm her, Junge. Ja, alles gut. Fängt dann gleich an auf der Dippe-Messung. Naja, gut. Aber auf jeden Fall, im Anwalt der Greco ist schade, dass, ja, war gar nicht so alt. Natürlich 80, über 80, aber trotzdem. Sah immer fit aus. Hat mich ein bisschen... Guter Typ, immer gut gelaunt, immer lustig. Ein geiles Fahrrad gehabt eigentlich. Naja. Jus. Muss der Dennis jetzt immer mit dem Fahrrad rumfahren. Gib mir noch ein paar Jahre. Gib mir noch ein paar Jahre, Martin. Dennis. Dennis, lass das Fahrrad lieber stehen. Besser ist das für alle Beteiligten. Der berühmteste Fahrradfahrer ohne Fahrrad in Frankfurt, Dennis Philipp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, gut, wie gesagt. Ich glaube, unterm Strich können wir die Folge abhaken mit die Eintracht-Messung gegen Düsseldorf gewinnen, ohne dass großartig was passiert. Ja, das wäre... Sehr reduziert. Das wäre schön, ist sehr reduziert, aber ja, ich glaube, damit hast du dann auch mehr oder weniger alles Wichtige gesagt. Kann sein, dass wir das Spiel gar nicht getippt haben? Stimmt. Dennis, passt auf. Noch ein Fleißsternchen. Hervorragend. Dennis hat ja alles aufgeschrieben. Liste. Ich habe hier abgehakt, die Liste. Der neue Strukturbeauftragte. Ab nächster Woche kommen hier Sendungsvorbereitungen und Sendungsnotizen von Dennis. Hervorragend. Hast du dir jetzt das selbst eingebrockt? Ja, dann lass uns mal noch tippen. Ja, was tippt ihr denn? Ich tipp 2-0. Ich tipp 2-0. Basti sagt 2-0. Dennis? Ein 1-0 für die Eintracht. Ein 1-0. Marvin? Ein 3-0. Ein 3-0. Sehr schön. Nee, jetzt kenne ich tippe 4-0. Ich war kurzfristig am Überlegen, aber ich halte 4-0 tatsächlich für ein bisschen übertrieben. Aber wir sind in den letzten Wochen mit 4-1 immer ganz gut gelaufen. Deswegen sage ich 4-1. Kann man, glaube ich, auch durchgehen lassen, oder? Kann mit allen Ergebnissen leben. 4-1 ist 1. 4-1 ist 1, genau. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, weil besser wird es ja an dieser Stelle heute auch nicht mehr. Ich möchte aber noch mal ganz ausdrücklich zwei Hörern danken, und zwar Markus und Jens, die beide heute, ich vermute jetzt mal unabgesprochen, eine größere Spende an uns geleistet haben. Dafür vielen, vielen Dank. Und die beiden quasi schnell vertreten für alle anderen, die uns jede Woche, jeden Monat hier mit Support unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann findet ihr unter eintracht-podcast.de slash support so ein paar Infos, kommt ja auch demnächst wieder Weihnachten. Ihr könnt zum Beispiel auch über Amazon einkaufen, und dann fallen so ein paar Cent für uns ab, das hilft uns auch unter Umständen schon. Genau, dann machen wir den Sack zu. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes Heimspiel am Freitag, und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder, dann mit einem Ausblick unter anderem auf das Euroleague-Spiel. Bis dahin, macht's gut! Bis dahin, macht's gut! Bis dahin, macht's gut!